Hallo zu unserem zweiten Teil des Rundgangs zur Schule. Heute begehen wir uns in die zweiten Etagen. Wenn ihr gerne auf unseren Server joinen möchtet, dann tut das mit dieser IP. Es ist komplett kostenlos bis zum Ende dieser Videoreihe und die Versionen sind 1.8 bis 1.19. Am besten ist dort jedoch die 1.16. Ja, fangen wir mit unserem Anbaugebäude an. Hier oben sind jeweils zwei Klassenräume der Grundschule. Das ist die N22. N22 entscheidet sich kaum mit dem Raum dort drunter, außer dass die Bodenfarbe anders ist. Genau das gleiche haben wir auch bei diesem Raum. Das ist auch wieder ein Klassenraum der Grundschule. Der ist etwas größer. Hier können wir uns auch gerne hinsetzen. Ja, wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und liked unser Video. Teilt das auch gerne mit euren Freunden, wenn ihr früher schon mal auf der Schule wart, damit ihr seht, wie es heute aussieht. Unter anderem wäre es auch gut, damit diese Videos hier mehr Aufrufe bekommen, da wir doch schon ein bisschen Zeit in dieses Projekt investiert haben und wir auch, wie schon im letzten Video gesagt, gerne mit dieser Idee, mit dieser AG an andere Schulen gehen wollen. Fangen wir mit der zweiten Etage am Hauptgebäude an. Als erstes gehen wir in die 206. Das ist der Fachraum für Französisch. Und hier nochmal die Anmerkung. Wir haben keine Kreidetafeln. Wir haben Whiteboards mit Biemann. Aber das Grün sah um einiges besser aus als weiße Tafeln. Ja, die 207 ist der erste Hilferaum. Hier steht eine Liege drin und ein paar Schränke. Die 208 ist ein Fachraum für Englisch. Ja, das ist auch wieder relativ das gleiche wie der Raum drunter. Jetzt begeben wir uns zum Sekretariat, zum stellvertretenden Direktor, also deren Büro und das Büro vom Direktor. Ja, hier ist das Sekretariat. Links daneben das Büro vom stellvertretenden und rechts daneben das Büro vom normalen oder vollen Direktor. Ja, jetzt gehen wir in die Herrentoilette. Wir haben nicht alles originalgetreu gebaut, weil das ist einfach nicht möglich. Deshalb sieht beispielsweise die Herrentoilette auch oben anders aus als ganz unten im Erdgeschoss. Jetzt begehen wir uns weiter zur Damen-Toilette und die ist ein bisschen anders aufgebaut, da es hier keine Steglos gibt. Wenn ihr auch gerne an unserer AG teilnehmen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an diese eingeblendete E-Mail hier und ihr bekommt nähere Informationen. Gehen wir jetzt zum Kursraum 203. Hier steht eine lange Tafel, wo auch manchmal Konferenzen durchgeführt werden. Der Raum 212 ist der Vorbereitungsraum für Kunst. Direkt daneben ist natürlich der Kunstraum. Der Kunstraum ist einer von unseren größeren Räumen und hat die Nummer 111. Außerdem eine Besonderheit dieses Raumes ist, dass wir ein doppeltes Waschbecken haben, das einfach besser ist, um beispielsweise Pinsel auszuwaschen. Ja, gegenüber vom Kunstraum ist das Lehrerzimmer mit dem Raumnamen 210. Dort werden wir uns aber heute nicht hineinbegeben. Ja, das war's. Hier unten waren wir schon letzte Folge. In der nächsten Folge werden wir in Etage 3 und 4 gehen, weil den Anbau haben wir durch. Ja, wie gesagt, joint gerne auf unseren Server. Ihr könnt euch das hier angucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.